Nein I'll see you again Rare, Alter, was für Lacken Ultra, wir haben einen Mann Yo, heute spielen wir mal Roblox Und zwar den Bombe-Simulator Wir müssen heute Bomben zerstören Hey, was muss ich machen? Ich muss so eine Bombe zerstören Wie mache ich denn das? Ah, okay, 0 HP Oh mein Gott, ich kriege direkt einen Hut raus Oder? Was war das gerade? Ich habe zwei Abzeichen auf jeden Fall da unten gerade bekommen Äh, Inventory Level 5 Banditenhut Mal 5 Damage Level 5 und Damage Oh mein Gott, ich glaube, bleh Ich glaube, es war sogar mega gut, weil ich daraus bekommen habe Okay, jetzt muss ich hier auf Buy Swords Gehen Okay, 150 Ah ja, okay, das dauert anscheinend noch ein bisschen Okay, egal, wir haben auf jeden Fall jetzt Ein geiles Ding Oh mein Gott, es geht so schnell, ne? Ich will gar nicht wissen, wie schnell es an mir diesen Bomben geht Mit den Kleinbomben Oh mein Gott, let's go, let's go Ich habe kein Geld gekriegt Willst du mich gerade verarschen? Ey Also die zerstören mir halt mega schnell Ja, okay, es sollte relativ schnell gehen, denke ich mal Ich meine, wir zerstören die mit zwei Hits Deswegen Ja Und ich habe ja jetzt noch einen Hut bekommen Und Level 4 Hut Mal 6 Ah ja, okay, das wird immer Ich zerstöre dir jetzt alle One-Shot, glaube ich Kann das sein Ah ja, okay Das ist nicht mehr normal Das ist echt nicht mehr von dieser Welt Oh mein Gott, geht das schnell Ich glaube, der hat entweder das Spiel noch nicht kapiert Oder hat mega Pech Und ich kriege wieder einen Hut raus Das ist krass Mal 5,5 nochmal Oh mein Gott Ja Der Hammer Nein, der Hammer Ja, ich zerstöre dir mit zwei Hits Die großen Bomben Oh mein Gott Wie viel kosteten die 1k Coins Ja, komm Lass Ah ja, komm, wir kaufen die 3 2 1 Bye Okay Wie viel Leben haben die jetzt? Äh Äh Äh, okay Ich habe mich, glaube ich, zu früh gefreut Ja Gut, ne Ähm Ja, okay, die gehen Die gehen wieder Werden wir uns das kaufen, ne? Ich meine, wir gehen dann von 2x Damage Auf 10x Damage Und das ist schon mega viel Also wir sollten jetzt locker hier alles One-Shotten Wollen wir mal gucken Ich morbe den jetzt 0 Coins Warum kriege ich 0 Coins? Okay Claim Ich sollte jetzt aber trotzdem sehr viel Damage hier machen Ja, oh mein Gott Das ist so viel, ne? Das ist, glaube ich, so viel Okay, da habe ich jetzt unequipped Und equip jetzt den hier Und den werden wir jetzt, ähm, upgraden Okay, mal gucken, mal gucken So, hier haben wir den Und jetzt machen wir Craft Bam, bam Ich meine, die brauchen wir alle nicht, ne? 23 Oh mein Gott Oh, Alter Das Ding wird jetzt so abgehen, ne? Also ich glaube, ich werde jetzt die Brom fast One-Shot zerstören Oder? Okay, ich habe nichts gesagt Aber trotzdem Oh mein Gott Ist das viel Let's go Warum sage ich überhaupt immer Oh mein Gott Was? Was? Ha! Hä? Habe ich gar nicht gesehen? Was? Hä? Wir haben jetzt ein Ultra-Hoot gekriegt Oh mein Gott 52 Damage Ich meine Wow Von 6 Damage auf 52 Damage Also da kenne ich gar nichts Oh mein Gott Die sollten jetzt One-Shot sein Ja, die sind einfach One-Shot Das ist krass Alter, ich muss gucken Nein Wow Nochmal ein Ultra-Hoot Level 26 Der ist auch nochmal so gut wie Ach Okay Let's go 3 2 1 Und Kaufen Kaufen 5 Millionen Okay Das kostet Viel Oh mein Gott Hier gibt es Pets Hier gibt es Pets Hier gibt es Pets Äh Haben sie viel Leben? Es geht Es geht wirklich Ich meine Ich habe ja noch so ein Noob-Schwert Was nur 12.000 kostet Also es ist wirklich nicht krass Was ich habe Okay Mal gucken was die Pets Hier können 500 Coins 1k 5k Ja okay Ich würde sagen Wir kaufen einfach mal Hier eins davon Und Rare Alter Was für ein Luck habe ich Rare Ich glaube das ist das hier Ich glaube das ist dieses Ja 8% Oh mein Gott Also ganz ehrlich jetzt Was ist heute los bei mir? Wow ich glaube Dieses Spiel mag mich einfach Headboost mal Plus 2 Und 0,8 Workspeed Okay ich bin auf jeden Fall ein bisschen schneller Das ist cool Okay die Bomben haben aber schon krass viel Leben ne So Leute wir haben es gleich geschafft Ihr seht schon 4,9 Und es hat sehr lange gedauert 4,1 Und ja sollten es jetzt jedes Kunde geschafft haben 4,5 Und wir haben es Geschafft Genau 5 Millionen Oh mein Gott Wir haben jetzt die Insel freigeschaltet Let's go Bye Und was kriegen wir jetzt? Wir kriegen Wir kriegen neue Schwerter Okay Okay Sehr gut Wir kriegen neue Schwerter Und wir 1,9 12 12 Okay es wird schon echt teuer Aber Leute Wir versuchen jetzt mal Dass wir einen Hut rausbekommen Der jetzt nicht Schlechter ist wie die Die wir jetzt haben Also es wäre auf jeden Fall echt nice Leute Atomrakete ist gespawnt Atomrakete Atomrakete Alter zieht euch rein wie schnell ich schlage Ich habe es alleine geholt Oh mein Gott 107 Millionen Und wie brauche ich 120 Ich habe es bald Ich habe die einfach ganz alleine mega schnell geholt Okay Leute Wir haben es jetzt Wir haben jetzt 23 Millionen Und wir werden jetzt Die kaufen Let's go Okay 3B Okay Ja Kann man nehmen Und wir wollen mal gucken Wie viel gibt es uns Die Gem Chests Oh mein Gott Die gibt so viel glaube ich 200 Tausend Gems Okay Und die können wir 14 Minuten theoretisch Wieder abholen Alter Habt ihr es gerade gesehen Okay Okay Jetzt heißt es einmal zurück Genau hier war das glaube ich Genau hier werden wir uns jetzt ein paar Eier können Nein Nein okay Nein okay Okay Wir werden jetzt mal ein paar Dinger kaufen Okay wir haben ein Schwein bekommen Rare 20% Es geht es geht Nochmal eine Kuh Nochmal rare Okay die war eins besser Ultra Wir haben Butterfly bekommen Ultra Oh mein Gott Das 6%er Alles klar Okay Wo haben wir es 12 gibt das Okay Das ist Das ist krass Aniquip Equipped Okay dann werden wir das nochmal aniquipen Und das equipen Ich meine jetzt sollte es schon viel besser sein Aber ich werde mir mehr kaufen Oh wir haben nochmal 6%er gekommen Alles klar Was ist hier los Okay mehr kann ich gar nicht Also bessere sagen kann ich auch gerade nicht haben So unequipped Und nochmal Equipped Und jetzt Alter Das muss jetzt so abgehen Na Ich weiß aber noch nicht ganz was das boostet Ich glaube das boostet das Geld Kann das sein Bin mir echt nicht sicher Lol Leute Ich habe die ganze Zeit meine Tiere nicht equipped gehabt Ha Geil Lol Ich glaube jetzt kriege ich viel mehr Kann das sein Bin mir gerade echt nicht sicher Aber es war auf jeden Fall echt genial von mir Ich habe mich schon gewundert Warum die nicht da waren Aber ich habe aber noch keine Ahnung Was sie mir bringen Atomrakete in dieser Gegend Leute Oh mein Gott Atomrakete in dieser Gegend Alter Wie schnell das geht Oh mein Gott Exotik Oh ne Jetzt kommt so noch ein Spaden Oh mein Gott Es hat gerade so viel gebracht Ne Okay Leute Wir werden uns jetzt mal hier Das kaufen Ich bin mal gespannt Ob wie das dann abgehen wird Das muss ja dann mega abgehen theoretisch So Leute Ich würde sagen Aber das war es erstmal für dieses Video Denn es dauert jetzt mir ein bisschen zu lange Aber ich hoffe dennoch Es hat euch gefallen Lasst ein Like Und ein Abo da Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Und ciao Leute Und